Nein! Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass ihr wieder eingestattet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Wir starten direkt ins nächste Event rein. Der letzte Part war ja nicht so geil. Musste ich mal wieder ein bisschen ausrasten. Äh, joa. Maximale Wetter, auf geht's. Schauen wir mal, was uns heute erwartet. Um Charger fahren wir mal wieder. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. So, legen wir auch eine große Umschweife direkt los. Hey, hör doch mal auf mich abzudrängen. Sag mal, hallo? Okay, von so einem schnellen Fahrzeug wieder zu so einem langsamen, auch wieder gewöhnungsbedürftig. Was ist denn der Weint? Ehrlich? Sorry. Wir sind ja schon wieder bei Panikstufe 5. Oh Mann. Eier, eier, eier... Kontrolle verloren Man kann der sich mal hier nach Hause machen bitte Nicht gut Ich hab's gewusst Jetzt gib doch mal Gas Schienen wir den noch? Nee Oh man Das Spiel wird halt nicht einfacher Besser als nix Das brauchten wir für das eine Ränder 24.000 hat Startkapital Und wir dann jetzt hier noch Hallo? Gar nichts mehr? Okay Das hier lohnt sich alles nicht wirklich Das auch nicht Hier glaube ich auch nicht ne? Okay dann haben wir nur noch das hier Wo wir ein bisschen was gewinnen können Alles in S Schon wieder ein S plus rennen Oh das kann doch nix werden Okay Na dann Bis gleich Zentrale Sonderwagen ist bereit Das ist ein Das ist ein Das ist ein Das ist ein Haben wir es doch endlich mal geschafft hier. Nee. Nee, 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 nee. Alter. Okay. Die zwei Rennen machen wir als erstes, weil die hier in der Nähe sind. Komm, ich hau nochmal alles auf den Kopf. Das muss doch möglich sein. Wir hätten vielleicht vorher nochmal ein bisschen auf den RIP umstellen sollen. Jetzt ist Spreude ey. So, vier Runden müssen wir fahren. Das LPD kann mir gar nichts. Wir haben den Shit-Person im Blick und nehmen die Verwaltung auf. Mein Wert hast du nicht verdient. Wir haben das viele im Blick und bleiben dran. Ich weiß, was Reit-Hellen hier sieht. You ain't gon' be here for too much longer. Hör doch mal auf. Kann ich Ihnen nicht verübeln. Right behind you. Right behind you. Das sieht aber gut aus jetzt. Ich jetzt kein Mist mehr baue. Sehr gut. Immerhin. Meine Güte. Nee. Okay, wir müssen nicht flüchten. Das ist sehr gut. Dann haben wir das Rennen hier noch. Boah, wo müssen wir denn jetzt hinfahren, bitte? Warum ist das so weit weg? Oh Mann, da kommt ein Kopf nach dem anderen. Oh Mann. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Der kommt da, kommt da, kommt da, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas. Ist wieder mein Pass rennbar. Ja, ist wieder mein Hass renn. Alles klar, dann mach's jetzt wohl mal ernst. Was kann ich dafür, dass ich schneller bin? Niemand überholt den Schiss! Das ist ein großer Geschützer. Der Sieg wird nicht verschenkt! Wir haben uns ausgeschaltet! Wir müssen das Arschloch stoppen bevor noch jemand drauf geht! Okay, es lief besser als erwartet. Letztes Rennen! Nein! Was für ein Boltz-Hotel halten wir diesen Park um jeden Tag? Ey! So, machen wir weiter. Gerade ein paar Probleme gehabt mit der Aufnahme. Musst ich mal kurz das Spiel neu starten. So, Porsche! Es gibt jede Menge Geld zu gewinnen. Auf geht's! Hoffentlich verkacken wir das nicht! Auf ein gutes Rennen! Oh! So ist das also! Was steht nicht? Ich war abgedeewend. Ich mache dir nichts zu suchen. Ich mache dir nichts zu suchen. Hinzu! Was? Was? Na? und beginnt Verfolgung. Es gibt nicht mal echte Konkurrenz. Ei, 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 ei. Racer fahren die echt schlecht. Ein langes Rennen, ey. Danke. Sehr nett von dir. Aua. Shit. Wir haben hier eine Straßensperre auf der Brücke gebaut. Wie dumm. Ja. Okay. 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 Vorsprung ausbauen. Ganz wichtig. Da war's ein langes Rennen. Okay. 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 Sehr einfach und sehr schön. Oh. Ich habe recht in Bezug auf Alec. Er will, dass ich das Rennen verliere. Es ist wahr. Was hast du gesagt? Dass ich das nicht mache. Tja, aber es ist ihm egal. Ich dachte, er würde hier aufkreuzen und das wollte ich Rydell ersparen. Gut, danke dafür. Alec war ich scheißegal. Ich war nur Mittel zum Zweck. Das Gefühl kenne ich. Hey, hör mal, ich habe da bei der Sache vor zwei Jahren nicht mitgemacht, okay? Ich habe vor Alec mit der Arbeit angegeben. Und ja... Wieso bist du dann mit unserem Auto abgehauen? Du hattest zwei Jahre, um das gerade zu biegen. Was? Und dann wäre alles wieder gut gewesen? Du hast Rydell doch gehört. Er hat mich aufgenommen, als es keiner sonst hat. Egal. Ich stand noch nie auf zweite Chancen und erwarte auch keine. Und was jetzt? Du kennst Alecs Plan. Was unternimmst du dagegen? Ich werde ihm richtig wehtun. Seinen Besitz befreien. Hast du Interesse? Gut möglich. Ich rufe dich an. Ich krall mir trotzdem noch das Auto. Alles klar. Hey, Kiddo. Holen wir sie uns zurück. Werden wir. Okay. Also hat sie es nicht absichtlich getan? Mehr oder weniger? Ihr hört KRSFM News Across the Lake. Wir möchten unsere Hörer daran erinnern, dass die Bürgermeisterin alle Bürger auffordert, solange es nicht absolut notwendig ist, heute Abend das Haus nicht zu verlassen, um die Polizei bei der Bekämpfung illegaler Straßenrennen zu unterstützen. Passt auf euch auf und hört weiter KRSFM im Anschluss die goldenen Hits aus dem Jahr 2003. Was sind wir denn jetzt hier? Ich glaube ich bleibe bei dem hier. Die bringen uns gar nichts. Wir nehmen die. Bremsung auf jeden Fall besserer. Federung. Ich nehme mal die Offroad Federung. Bekämpfung. Das haben wir alles eingebaut. Okay, mehr geht nicht. Doch hier. 392. So jetzt haben wir aber alles oder? Alles auf Maximum. Außer hier. Da gibt es aber nichts besseres. Hier würde es noch was geben. Hau ich einfach mal rein. Das war's. Könnten noch einen stärkeren Motor einbauen. Hm. Ist glaube ich schon der beste Motor. Der hat das höchste Potenzial. Hm. Na gut. Dann sind wir aber auch hier am Ende. Damit sage ich erstmal wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Need for Speed Unbound oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Baut rein.